Hallo, ich bin Wolfgang Ernst, Mitarbeiter bei Eisele. Stillstand bei Produktionsanlagen durch Umrüstung oder Wartung ist teuer. Das wissen wir als Hersteller von Anschlusskomponenten aus Ganzmetall. 100% made in Germany ganz genau. Um Ihnen bei der Zusammensetzung Ihrer Anlagen noch mehr Spielraum zu geben, haben wir ein flexibles Baukastensystem für Mehrfachkupplungen entwickelt. Voila, die Eisele Multiline Adaptiv für Pneumatik, Vakuum, Gase, Flüssigkeiten oder Kühlwasser. Damit können Sie beliebig viele Verbindungen in einer Schnittstelle zusammenfassen. Die lässt sich dann schnell und einfach am Stück kuppeln. Und wie Sie das Multiline Adaptiv Baukastensystem für Ihre Anwendungen optimal einsetzen, zeige ich Ihnen jetzt. Im ersten Schritt wählen Sie einen passenden Kupplungskörper aus und bestimmen die Anzahl der benötigten Anschlüsse. Sie können bei den Adaptiveinsätzen aus unterschiedlichen Anschlusstypen, Materialien und Durchmessern wählen. Anschlüsse mit speziellen Absperrfunktionen und ein abgestimmtes Schlauchsortiment berunden unser Baukastensystem ab. Für die Montage führen Sie den gewünschten Adaptiveinsatz mit dem Daumen oder dem Gegenstück in die gewünschte Bohrung, bis dieser mit einem hörbaren Klick einrastet. Unser Baukastensystem ist so flexibel, dass Sie es jederzeit um weitere Anschlussvarianten ergänzen können. Haben Sie spezielle Anforderungen? Eisele entwickelt individuelle Lösungen.